Wir haben es geschafft und sind auf dem Campingplatz in Reinach Basiliskontur 2016 mit Jean-Luc Vicky und wir in der ganzen Region, hoffentlich auch noch mit euch, dass sie auch mal bei uns vorbeikommen. Das hat schon wunderbar funktioniert mit dem Aufstellen von unserer ganzen Sendetechnik zum Beispiel. Die ganze Anlage, die wir auf dem Campingplatz in Reinach bei der Reinacherheit aufgestellt haben. Und der Jean-Luc, der ist noch dran am Aufstellen vom Camping-Tisch, den du vorher dick angegeben hast. Sekunden, in Sekunden ist er aufgestellt. Einmal. Zum ersten Mal, als er ein Camping-Tisch aufstellt. Sollte aus Sekunden, Minuten werden, überhaupt kein Problem. Es ist sein erstes Mal. Letztes Mal habe ich es noch zugeschaut. Und in der Werbung gesehen. Ja, schau. Also die erfahrenen Camper, die schauen da schon zu und denken, wow, nicht schlecht fürs erste Mal, oder? So. Also, okay. Einmal. Und hast die Zeit gestoppt. Ja. Also weisst du, 120 Sekunden sind auch Sekunden. Ah, gut. Fertig. Gratulation, die erste Camping-Tisch. Und äh, ja. Ich baue ihn dann wieder ab. Ich baue ihn dann wieder ab. Ja, gut. Ich bring's trinken. Super. Bo purse. Aber wie der kennt special reference ist, aber wie der von, der von必 SATAbitur ist um eine joggung zu lassen? Untertitelung des ZDF, 2020